Kennst du das? Du hörst ein Lied und willst unbedingt wissen, wie es heißt? Mit Shazam aus dem App Store und deinem iPhone. Weißt du Sekunden später, von wem es ist und wo du es bekommst. Das iPhone. Wo ist die kleinen Probleme des Alltags? App für App. Weißt du Sekunden später, von wem es ist und wo du es bekommst.